So, erstmal den Pulli anziehen. Und dann einmal die Playmat ausrollen. Jawoll! Das wird ein geiles Opening. So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich hab den Robin dabei. Hallo! Da sind wir wieder. Und wir machen, genau, wie zu eigentlich jedem Set, nicht eigentlich, wie zu jedem Set seit Time Spiral Remastered, machen wir ein paar Booster gemeinsam auf. Dieses Mal haben wir die Playbooster. Das erste Mal Playbooster hier auf diesem Channel. Oh ja. Wobei es nicht richtig ist, ich hab ein Playbooster-Display aufgemacht. Das ist nicht ganz das erste Mal Playbooster. Aber das erste Mal Playbooster zusammen. Und diesmal ist es so, normalerweise ... Also, nicht normalerweise. Wir finden ja immer einen kleinen Sponsor für diese Videos. Und dementsprechend waren wir vor Zeitpunkt der Aufnahme zwei Wochen in Lübeck beim Keep7-Store. Und die waren so lieb und haben uns noch Call of Männer Playbooster mitgegeben. Fünf Stück, die wir gemeinsam aufmachen können, inklusive Playmat, inklusive Pullover. Genau. Pullover ist bei mir auch noch auf der Wäsche. Wir wollten jetzt das halt relativ zügig quasi hier schon aufnehmen. Man hat die im Intro gesehen. Genau, genau. Und halt aber die Playmat, die ist ziemlich, ziemlich cool, muss man sagen. Ja. Finde ich auch. Hammer Teil auf jeden Fall. Also, sehr cooles Artwork. Limited Edition auf jeden Fall. Ja. Bin ich sehr froh, dass wir die jetzt bei uns haben. Ja, das ist ... Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an euch. Wenn ihr auch mal bei denen vorbeischauen wollt, ihr könnt unten in der Videobeschreibung bei denen im Store sicher irgendwas finden, was ihr cool findet. Oder ihr geht da mal vorbei. Genau. Der neue Store ist wirklich, wirklich cool. Und, ähm, wenn dieses Video rausgekommen ist, müsste auch schon das Keep7-Video rausgekommen sein, bevor wir vor Ort waren. Ja. Dementsprechend, äh, ja. Könnt ihr da auch mal, mal nachschauen. Ich würd sagen, wir gehen mal in die Playbooster rein. Oh ja. Wie viele Playbooster hast du denn bisher auch schon aufgemacht? Äh, ich war ja bei diesem, äh, Mystery Dinner, äh, Yes. Gedöns, ähm, mit, mit ein paar, äh, coolen Leuten da. Äh, da war ich ja halt quasi ein Butler. Und dafür hab ich halt die Decks vorbereitet. Und da hab ich zwei ganze Displays aufgemacht und, äh, die Decks draus gebaut. Ähm, deswegen tatsächlich schon einige. Aber was mir lustigerweise tatsächlich fehlt, was ich noch nicht aufgemacht hab, ist der Vayneripper, der ja zwischenzeitlich, ähm, ja, Pioneer Play gesehen hat. Staple. Der ist auf einmal ein Staple geworden ist anscheinend. Ja. Ist auf jeden Fall was, wo ich gedacht hab, okay, da, äh, den, den müsste ich vielleicht heute noch ziehen. Das wär doch schön. Ja. Kriegen wir, kriegen wir bestimmt hin. Ähm, es sind ja ein paar coole Karten mit bei. Ja. Wir haben fünf Booster, dementsprechend würde ich sagen, machen wir die gleichzeitig auf. Wir können ja ein bisschen, ein bisschen drüber schnacken, was so ist. Ähm, wenn wir nur drei haben bei Collector Boostern oder besonderen Boostern, dann gehen wir ganz oft dahin, dass wir, äh, die einzeln aufmachen. So seht ihr jetzt links und rechts, wie wir die einzelnen Booster ein bisschen öffnen. Genau, genau. Und so ein bisschen drüber reden. Ah, ich find den Frame hier immer noch so schön. Ja, der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich find den wirklich cool. Oh, ich hab schon direkt ein Slime Against Humanity. Das ist jetzt, glaub ich, meine neunte oder so. Ja, wie viel kannst du davon im Deck spielen? So viele, äh, wie man möchte, aber, äh, ja. Muss ich mal noch gucken. Ich glaub, das ist die einzige Karte von diesen, du kannst so viele, wie du haben möchtest, drin, äh, haben, von denen ich jetzt mittlerweile am meisten habe, so. Ja. Und die erste Rare, du hast ein Case. Äh, Case of the Locked Hot House. Du hast ein Locked Hot House. Und du was? Ich hab, äh, die Underground Mortuary, äh, die Surveillance. Die haben sich ja auch sehr krass bewiesen, ne? Die haben sich krass getan. Also, die waren am Anfang irgendwie zwei, drei, vier Euro. Und jetzt sind's irgendwie echt, echt teure Karten geworden. Ja. Und, äh, ja. Irgendwie ist es, äh, schon bewiesen, dass die gut sind. Und, ui, Lost in Maze, eine zweite Rare. Zweite Rare. Und meine Foil ist Perimeter Enforcer und ein Foil Basic Land. So ein Automat. Ich find's jetzt ein bisschen weird, dass sie die Art Series hinten hingemacht haben. Ja. Das ist irgendwie, also, es ist ja eine andere Reihenfolge so ein bisschen. Vorher war's ja irgendwie so. Mhm. Und jetzt ist es halt irgendwie hinten. Das ist ein bisschen, ja. Ja. Also, ich komm mit dem weird Faktor von Playbooster noch nicht klar. Ähm, du hast jetzt ja auch eine Menge Playbooster aufgemacht. Ja. Bist du jetzt ein Fan von Playboostern im Vergleich zu Setboostern oder Draftboostern? Also, ich muss sagen, ich hab mit Playboostern noch nicht gedraftet. Also, das ist halt noch so ein Ding, was mir, oh, Pick Your Poison, sehr gute, sehr gute Karte. Ja. Ähm, das heißt, ich hab noch nicht damit gedraftet, ich kann dafür jetzt noch nicht sprechen. Aber ich muss sagen, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, die zu öffnen als etwaige Draftbooster. Also, äh, was halt einfach schon den Grund hat, weil klar, ist ja auch mehr drin, sozusagen. Ähm. Ähm. Oh. Ja, das ist richtig. Ey. Und der pompöse Prahlhans. Uh, pompöse Prahlhans. Eine von unseren drei Preview-Karten. Genau. Sehr, sehr geil. Bzw. Pompös, äh, gotta, gotta, get about. Get about. Get about. Oh, und No More Lies, sehr cool. Davon hab ich auch noch nicht. Uh, auch eine sehr gute Karte. Und Kripp. Hier eine Analyse. Uh. Und du hast, uh, Cryptcode. Nice. Wo wird die denn eigentlich gespielt? Weil die, die hat auf einmal so, so einen Preis, äh, Peak bekommen. Ähm. Genau. Legacy und Commander. Ah. Denn, was du mit ihm machen kannst, ist, du kannst mit Infinite Mana. Mhm. Ähm. Infinite Off den Zug auf deine Hand nehmen, den wieder spielen, die oberste Karte ist Decks Klocken. Aha, okay. So lange bist du halt den, ähm, äh, wie heißt der denn? Der, der, äh, Laborator Maniac. Hm. Verstehe, verstehe. Den du dann aufflippen kannst und dann einfach gewinnen kannst, weil du kein Deck mehr hast. Ja. Zwischendurch dazu wird es auch ganz gerne in Legacy tatsächlich gespielt. Weil es ist ein Equipment, das man mit Stoneforge suchen kann. Ja. Und die Kreatur kann nicht geblockt werden. Ist einfach eine 3-2, der nicht geblockt werden kann, kann in Legacy das Spiel gewinnen. Das ist, äh, ordentlich auf jeden Fall. Deswegen sehr, sehr, sehr gute Karte. Und ich hab da ein U's. Ey, nice. Ha, 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 ha. Ach ja. Ne, aber wie ist denn deine Meinung zu den Playbooks? Hast du schon draften können? Ich bin, ich bin Fan. Ja? Ein Draft noch nicht. Wir haben, äh, Spreeleys ein bisschen gespielt. Und ich bin Fan. Ah, nice. Ich bin wirklich ein Fan. Ähm, das liegt aber dran, dass ich auch ein Fan von den Setboostern war, wie alle wussten. Mhm. Und echt ein Gegner der Draftbooster. Und, ähm, ich muss sagen, hier haben sie halt beide Welten ein bisschen zusammen gemacht. Es ist ein bisschen schade, dass es jetzt weniger, also wir haben jetzt, äh, die normale Karten, dann haben wir Listkarten, dann haben wir irgendwelche Special Guests und so weiter. Also, dass die halt Special Guests und Listkarten nicht einfach zusammengepackt haben. Mhm. Finde ich ein bisschen wack. Ähm, aber, aber sonst, ähm, ja. Ich finde, ich finde, Playbooster sind cool, machen Spaß, sehen gut aus. Ähm, gedraftet habe ich es, wie gesagt, auch noch nicht so wirklich viel. Aber es ist halt tatsächlich ein, ein recht cooles Ding. Oh, Frantic Scapegoat. Cool, ja. Hey, nice. Wobei ich sagen würde, ich finde das normale Frame fast schon noch besser als der, der Hinweis-Frame. Aber es ist auch eine super witzige Karte, muss man sagen, ja. Ach ja. Oh, Assemble the Players. Ist ja auch eine Karte, die sehr viel gehandhabt wurde vorher. Ähm, ich habe es, glaube ich, noch nicht vorher gespielt. Ja, wird auch in Pioneer gespielt. Ah, in Sideboard. In Humans tatsächlich gespielt. Ja, okay. Ja, zweimal Mainboard sogar mittlerweile tatsächlich bei Humans. Das ist ganz krass. Ui. Ui. Hey, nice. Da ist doch der Value-Pick. Das ist zum Beispiel in Human. Ja. Ja. Den kann man sehr gut da reinspielen. Sehr, sehr cool. Ein Human, den ich bei dir gespielt habe tatsächlich. Aus deinem Delnideck. Ja. Das war übrigens sehr, sehr witzig. Ja, total, total. Also, ich liebe Delnie, ich liebe Ansrak. Ja. Und ja, das Delnideck hat noch momentan so ein paar Probleme, was halt angeht von wegen, wie gewinnt man am Ende davon. Also, Value kann es ganz gut, es kann Sachen ganz gut removen, aber halt irgendwie fehlt noch dieser Durchhaufaktor. I win now, Button. Genau. So was müsste es halt noch geben. Mega. Ja. Gehen wir weiter. Genau. Vorletztes Booster auch schon. Vorletztes Booster schon. Aber wie findest du denn jetzt, ähm, Murders at Karloff Manor? Ja. Es hat ja so ein leichtes Tief gehabt, so. Es war sehr flavorful, aber jetzt dann doch nicht irgendwie so wertvoll. Wie, wie findest du denn das Set? Oh mein Gott. Ja. Es hat Flavor ohne Ende. Und ich liebe, ich liebe ja Sets mit Flavor. Ähm. Ich bin ja niemand, der sagt, ein Set ist doof oder nicht gut, weil wenn es keine Playable-Karten drin gibt. Abgesehen davon, dass jetzt wirklich Playable-Karten en masse gedruckt wurden praktisch. Ja. Und da wirklich eine Menge Karten-Playable von sehen. Und, ähm, wiii. Deadly Cover-Up. Das ist so eine schöne Karte. Eine Karte, die Demir Control in Pioneer tatsächlich, äh, Playable gemacht hat, weil es jetzt einen Wrath gibt, einen Schwarz für fünf Mana, der auch alle für alle trifft. Das ist, ja, das ist so sick. Und wie viele Kleinigkeiten. Oh, guck mal hier. Jetzt wird nur noch der Case. Das ist übrigens die zweite. Genau, es wird nur noch der Case. Das ist die zweite der Preview-Karten. Ach so cool. Die Case habt ihr hier auf dem Channel gesehen, den haben wir im Podcast gesprochen. Und den pompösen Prater hast du ein cooles Video zugemacht. Ähm. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das waren unsere Preview-Karten. Fand ich sehr, sehr cool. Voll. Ja, ähm, wie gesagt, das Set, das Set gibt einem sehr, sehr viel, wenn man, wenn man, wenn man denn möchte. Ähm, ich find's flavorful und, ui, not doppel rare. Genau, ich hab World Souls ... Das ist gar nicht so häufig. World Souls Rage. Ja. Wir haben ja letztens noch irgendwo gesehen, dass die irgendjemand auch in Modern spielt. Oder Legacy? Ja, es ist tatsächlich in Legacy. Manchmal im, 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 im Lands hab ich die Session gesehen. Und im, im Modern im Scapegoat? Ah. Nee, Scape, 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 Scape. Okay. Nachdem du halt die ganzen Länder geopfert hast, kannst du damit halt einfach die Länder wieder reinholen. Und schießt, das ist schaden. Du hast halt echt ne Menge dran gemacht. Und das ist, das ist, das ist schon, 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 schon wild, tatsächlich. Nicht schlecht. Und? Und? Voll Schock und ein Bishop of the Blood State als Liste. Ja. Ist nicht so, ist nicht so die, die beste Vampir-Karte. Hatte ich schon zu Hauf zu Ixalan geöffnet, aber Liste ist immer nice. Im Commander wird der hin und wieder mal gespielt. Also nicht zu unterschätzen. Ja. Okay. Ja. Nicht zu unterschätzen, ja. Aber wie gesagt, das Set, ähm, hat mir gefallen vom Flavor. Das Set selber ist halt sehr, sehr mies angekommen, weil es halt nach Return to Ravnica war. Ja. Und noch so ein paar andere, äh, Probleme hatte. Das Set selber kann dafür meiner Meinung nach genau gar nichts. Auch die, 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 die Playbooster können dafür gar nichts. Das Set ist, ist ein schönes Set, ähm, und jetzt mittlerweile zeigt ja auch, dass diese anfängliche Negativität, die diesem Set entgegengebracht wird, vollkommen daneben war. Also wir haben ja wirklich, ähm, diese ganzen Länder, die Survey-Länder. Ähm, Delny war von Anfang an teuer. Wir haben, äh, Leylines, die krass gut sind, äh, und auch viele andere Karten, die einfach Playable sehen und einfach gut sind. Deswegen ist es auch ein gutes Set. Ja. Ich finde es auch auf jeden Fall. Also es wird wahrscheinlich nicht in die Geschichte eingehen als das stärkste oder bestes Set. Nee. Ähm, es wird wahrscheinlich auch nicht das beliebteste Ravnica-Set sein. Aber ich finde es trotzdem schon, schon gut. Und es macht halt wirklich, wie gesagt, viel Spaß. Oh, Leadpipe. Guck mal. Ey, jetzt haben wir das Trio. Wir haben tatsächlich das komplette Trio gezogen mit allen drei Karten, die wir als Preview-Karte haben. Sehr gut. Und ui, du hast einen Aftermuff. Der ist übrigens richtig gut. Oh. Und? Ein Massaker Girl. Known Killer. Die ist auch ziemlich gut. Die ist auch richtig gut. Die ist auch wirklich, wirklich gut. Ah, ich hab sogar schon wieder eine doppelte, doppelte Rare. Ui. Und? Outrageous Robbery. Outrageous Robbery. Die ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich, weil man halt Karten vom Gegner decken klauen kann. Ja. Ist im Commander eine ganz witzige Sache. Total. Und du hast, oh, den Fugitive Codebreaker. Der wird teilweise auch in Boros-Decks gespielt. Echt? Ja, okay. Mit dem Instant Exhaustry und Freeltoff ist natürlich schon cool. Und ich hab auch eine Doppel-Rare. Ey, der Dogkeeper-Thrall. Mit Dogkeeper-Thrall. Mit Dogkeeper-Thrall. Ist das denn jetzt was für Death in Texas? Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. Schade. Und einen Rod und Planes und einen Clou. Nice, sehr gut. Aber sehr, sehr cool. Lass uns mal kurz so ein bisschen aufbauen, was wir so gezogen haben. Ja, sehr gerne. Aber ich find's, wie gesagt, sehr, sehr cool, dass wir einfach unsere Karten gezogen haben, die wir bekommen haben von Wizard of the Coast als Review-Karten. Genau. Das find ich sehr, sehr gut und sehr witzig. Also, ich würd sagen, ich glaub, Massacre Girl und das Surveillant. Das sind, glaub ich, meine biggest Hits so. Oh, ja. Das Surveillant ist sogar das ziemlich coole Surveillant, weil es in einem grün-schwarzen Deck auch tatsächlich geplayt wird. Ähm, wo man mit einem grünen Zauber eine Kreatur oben aufs Deck legt und dann das Ganze reanimaten kann. Ja. Was sehr witzig ist. Sehr cool, sehr cool. Genau. Und ja, bei mir ist es, glaub ich, offensichtlich. Unseren Pralhans noch raus. Yes. Weil der darf natürlich nicht fehlen als tolle Karte, die wir gezogen haben. Yes. Sehr schön, sehr schön. Deswegen, das sind die drei Karten, die wir bekommen haben. Sehr, sehr nice. Und ja, bei mir ist es, glaub ich, ziemlich einfach. Das ist alles nicht so viel wert. Ja. Sie hat einen Wert. Und die beiden Länder sind halt einfach schön. Ich find die Länder sehr, sehr schön. Ähm, ich bin jetzt auch gespannt. Sie bringen ja immer mehr so wunderschöne Länder raus. Ich muss echt mal schauen, dass ich das irgendwie mal unter einen Hut bekomme, die ganzen Länder irgendwie zu sortieren und mir auszumachen, welche Länder ich jetzt am Ende spielen möchte. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist schon echt cool. Vor allen Dingen, sie haben ja auch jetzt hier so ein neues Full-Art-Layout mit dem Symbol so unten links. Ich weiß nicht, ob ich davon so ein Riesen-Fan bin, so. Aber, ähm, es macht schon Eindruck. Gerade so diese, diese sehr zentristischen, ähm, so Elemental. Aber ich mein, ich bin schon sehr froh, ein Cryptic Code dabei zu haben. Massacre Girl, nochmal ein Surveilland. Yo. Ähm, und ja, kann man sich, glaub ich, nicht beschweren. Das war gut. War richtig gut. Nee, absolut nicht. Aber das, das zeigt's halt. Also, es sind wirklich gute Karten, es sind Playable-Karten. Wir haben keine Karte, die on-playable ist. Doorkeeper ist ganz cool. Codebreaker ist ganz cool. Danny ist ganz cool. Wir haben bei dir bei einigen Karten drüber geredet, dass sie auf einmal irgendwie in Formaten gespielt werden können. Und, äh, deswegen, das, das Set ist cool. Ja. Und, ähm, die, die Leute haben's am Anfang sehr hart verteufelt. Äh, mir inklusive, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, weil ich halt gesagt hab, so, hey, also, die Länder sind zwar ganz cool, aber, hm. Hm. Weil ich da auch aktuell finde, die sind overhyped. Aber das ist was anderes. Ähm, und, äh, ja, aber es tun sich immer mehr Karten raus, die halt playable sind. Und mir geht's bei sowas ja nie darum, irgendwie was Krasses, Teures, Geiles aufzumachen. Auch wenn wir das echt gemacht haben. Ja. Das muss man jetzt. Schon was Nettes dabei gehabt, ja. Ja. Aber, ähm, es geht mir darum, halt Playables aufzumachen. Wenn ich spielbare Karten aufmache, bin ich persönlich happy. Ja. Und das ist in dem Set einfach gegeben. Deswegen find ich's gar nicht ganz cool. Total, total. Und wie gesagt, es macht halt einfach Spaß. Wir hatten ja schon sehr viel darüber geredet, dass halt auch auf den Case Artworks immer dann auch so ein Case stattfindet. Ähm, die Designs sind halt echt super. Ja. Es gibt sehr viele, äh, ja, schöne Elemental, äh, oder Elementar, äh, Geschichten, die da irgendwie ausprobiert worden sind. Also sowas wie No More Lies oder auch sowas wie Slime Against Humanity. Die haben alle so ihren Ort. Und, ähm, ja, also nicht jedes Set kann das beste, stärkste, äh, meist gespielte Set sein. Nee, gar nicht. Und dementsprechend bin ich doch eigentlich ganz froh, äh, jetzt hier einfach mal ein solides Set zu haben, was einfach Spaß macht, zu eröffnen. Wo coole Karten dabei sind, über die man sich freuen kann. Ja. Und, äh, ja. Viel mehr bleibt eigentlich auch nicht zu sagen, oder? Doch, eine Sache noch. Eine Sache noch. Wenn ihr das Video, wenn ihr das mögt, wenn ihr das wirklich cool findet und wenn ihr cool findet, wie wir miteinander interagieren. Das muss geliked werden. Guck mal beim, beim, erst mal Video liken, dann guckt beim gelieben Robin vorbei. Dort interagieren wir wöchentlich mehrfach miteinander. Ja. Unter anderem auch aus Lübeck, aus dem Keep7 bei der Neueröffnung waren wir dabei und haben eine Folge Radio Rövnika aufgenommen. Und das war sehr, sehr cool. Jetzt vor Ort. Vor Ort. Ja. Mit, mit, mit der lieben Bianca. Und, äh, dementsprechend nochmal vielen, vielen Dank an, an die Leute von Keep7, die das hier möglich gemacht haben. Ähm, das ist auf jeden Fall immer wieder, für uns wirklich immer wieder was, was, was ganz, ganz Besonderes. Und ein weiterer Dank geht an meine Patrons. Ähm, vielen, vielen Dank für die monatliche Unterstützung. Das ist wirklich, wirklich cool. Ihr könnt hier sehen, das sind die Talia-Tiers, die Supporter-Tiers und die Talia-Plus-Tiers. Ab drei Euro könnt ihr mich supporten. Wenn das was für euch ist, könnt ihr das gerne mal nachschauen. Ähm, und wenn ihr sagt, nee, das geht aktuell nicht, weil das Leben ist teuer und die Welt ist teuer. Daumen nach oben und abonnieren kostet nichts. Dementsprechend könnt ihr da keine Ausrede finden, das nicht zu machen. Und, ja, wie gesagt, danach zum Robin gehen, alles Video liken, alle Videos liken, alles abonnieren. Und, äh, wir sehen uns dann im nächsten Video. Genau. Bis dahin, euer Black State. Haut da rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.